Fabian Schönheim ist ein deutscher Fußballspieler. Er steht beim deutschen Zweitligisten 1. FC Union Berlin unter Vertrag. Karriere Schönheims Fußballlaufbahn begann beim FSV Reborn. Dort spielte er von 1993 bis 1997 und nach einem einjährigen Gastspiel beim SG Dessloch-Jerkenbach von 1998 bis 2001. 2001 kam er als Jugendspieler zum 1. FC Kaiserslautern. In der Saison 2005-06 gab er am 22. Oktober 2005 sein Debüt in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach. Sein erstes und bisher einziges Tor in der Bundesliga erzielte er auf dem Betzenberg am 7. Februar 2006 gegen den 1. FC Köln zum 2 zu 2 entstand. Zur Rückrunde der Saison 2008-09 wechselte Schönheim zum SV Wien-Wiesbaden, mit dem er aus der 2. Bundesliga abstieg. Zur Saison 2019-Tel wurde er Mannschaftskapitän. Wiesbaden belegte am Ende den 15. Platz der 3. Liga. Zur Saison 2011-12-Tel wechselte Schönheim zum Bundesligisten 1. FSV Mainz 05. Er unterschrieb einen 3-Jahres-Vertrag bis zum 30. Juni 2014. Über die Ablöse-Modalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. Zur Saison 2012-13-Tel verpflichtete ihn der 1. FC Union Berlin zunächst für ein Jahr auf Leihbasis. Im Anschluss an die Spielzeit nutzte der Verein seine Kaufoption und gab Schönheim einen Vertrag bis 2015, der im August 2014 bis Ende Juni 2019 verlängert wurde. Am 15. August 2006 debütierte Schönheim in der deutschen U21-Nationalmannschaft. Beim Spiel gegen die Niederlande stand er in der Startaufstellung.